Ach hallo, ihr seid schon da? Schön, dass ihr mich besuchen kommt. Kommt einfach mal rein und herzlich willkommen in meiner Wohnung. Ich führe euch mal rum und zeige euch alles. Hier ist mein Entree und es geht weiter Richtung Wohnzimmer. Wir sind hier im Mittelpunkt meines kleinen Reiches, das Wohnzimmer. Ich liebe es hier zu sein. Ihr sehen könnt, mein Kamin. Es gibt nichts schöneres als an kalten Wintertagen vor dem Kamin zu sitzen. Aber ein weiterer wunderschöner Platz in meinem Wohnzimmer ist dieser hier. Hier sitze ich stundenlang. Hier quatsche ich stundenlang mit meiner Freundin. Hier gucke ich Fernsehen, hier lese ich und klar, denke an meinen Süßen. Das ist übrigens meine liebe Freundin Mia und sie ist auch ganz verrückt nach meinem Süßen. Schaut mal, was sie sich hat machen lassen. Und ich hab's übrigens auch. So, und das hier ist unsere Spielwiese. Mir klappt gar nicht, was wir hier schon für Spaß drauf hatten. Und nachher kommt mein Süßer zu Besuch. Aber du lässt heute Abend die Finger von ihm, okay? Was heißt eigentlich die ganze Zeit dein Süßer? Ich hab ihn zuerst gefunden. So ein Quatsch, was ist denn jetzt los? Komm. Hey, selber schau. Hallo? Weiß, ich bin meiner. Bitte, doch mal. Ey, du alte Ziege. Also was du ja nicht weißt, eigentlich ist es mein Süßer. Ge Nacht. Also, ich kann mich nicht weißt, ich weiß, dies wie der diaper lässt. Ich bin droplets wunderbar.